Yo, heute zurück zu Resident Evil, letztes Mal hier wiederum geballert Ein bisschen hier in den Schießstand gegangen und jetzt geht es durch die Tür weiter, würde ich sagen Let's go Okay, schon wieder so Laser-Shit, okay So richtig super well equipped sind wir nicht Na du Penner? Oh, vorbei Junge Warum steht noch so ein Affe? Soll so einer? Erstmal nicht, ne? Fast geschafft Die einen sagen so, die anderen sagen so Boom Okay, war der hier irgendwie so getarnt oder was? Ich hab den nicht gesehen Wie immer Ich glaub das macht Sinn, die wegzuballern, oder? Da kommt da alles so Okay Achso Kommen da noch mehr, okay, dann müssen wir jetzt erstmal abwarten Weil alle auf einmal, gar kein Bock Okay, er steht da noch Nice Das ist er doch Geht doch Geht's noch rauf, okay Jetzt gucken, was hier abgeht Noch mehr von den Flattermännern Lass mal rauf gehen Oh, nice Achso, dann müssen wir killen So, wer schnauft jetzt hier so? Er, da oben Ich wollt grad sagen So läuft das nicht So, jetzt mal eben kurz Hätte das hier unten irgendwas gebracht, da durchzugehen Ich hab's ja jetzt nicht komplett angeguckt Dass sie so rumsteht Okay, das kann man noch wegballern Fischchen können wir immer gut gebrauchen Hm, was haben wir an Wir können ein bisschen was kombinieren, würde ich sagen, ne? Und wie sieht's aus mit Jo, auch gut Mit Manifion Hm Gar nicht so gut, okay Gut Also spannender wär's natürlich, von oben rüber zu laufen, oder? Okay Okay Junge, okay Das wär der Witz gewesen, ne? Die die runterholt und dann die einfach wegballern Ach, komm Okay, da ist noch eine Vielleicht läuft ja der Käfer da rein Scheinbar nicht Okay Okay, so Ich wollte aber die hier wegballern Macht doch Sinn, oder? Okay, und dann müssen wir uns auch mal ein bisschen pimpen Sehr gut Äh, und oben rüber, oder? Ja, wir müssen oben sowieso rüber Okay, dann lassen wir uns raufgehen Weil von oben können wir die wegballern Vielleicht springen die sich auch alle selber weg Okay, dann Rodeadlo! 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 Dad! Trávate! Ach komm, wird Schrift auch sonst noch. Ja, das verstehe ich, mein Junge. Und der nächste. Oh, shit. OMG. Oh komm, bisschen Ziel muss man schon, hat halt nicht einmal getroffen. Oh man, hau ab. So, die müssen wir jetzt einmal wegschillen, sonst macht er hier auch noch den. Oh man, läuft nicht so gut. Hm. Lauf doch mal. Ja, das hat ein bisschen weh getan. Okay, let's go. Ey, nicht einmal getroffen nehmen, das war sehr nice. Überhaupt gar nichts getroffen. Sehr asozial. So, von oben, hatte ich jetzt gedacht, dass wir hier, hier konnten oder irgendwie rüber gehen oder nicht. Ne, ok. Hab ich geträumt. Jetzt mit dieser Tür. Thank you. Ok. Ok, was kommt hier? Von oben oder was? Komm doch. Und da gehen. Und da gehen, da gehen. Okay, ganz gut. Ja, das war. Ja, das war. Oh, wir wollen von oben oben. Ja, das war. Ich muss da gehen. Wenn, ich bin schrecklich. Ja, wir wollen von oben auf. Und da gehen. Das ist immer drauf hier. Das hat keinen Bock, wa? Okay. Okay, hätte man cleverer machen können. Wie immer. So, wer läuft hier rum? Können wir gleich weiter gehen, oder was? Oh, Junge! Mann! Kann das denn wahr sein? Hm. Jo, klar. Ach, Jimmy hat's auch noch gepackt, okay. Wollen wir kurz gucken, was haben wir denn sonst noch Schönes? Ah, nicht so viel, ne? Da ist zu. Ach, komm. Wie kommt er denn durch die Tür da rein? Na, wir werden's da rausfinden. Lass mal gucken, wie kriegen wir den denn jetzt mal kaputt am besten. Einfach mal raufkommen lassen, oder? Okay, so nicht. Junge! Lass das mal! Na gut. In die andere Richtung. Ist sowieso sehr hässlich. Nicht so toll, ja. Auf der bitte denn, ich hab 22? Ja. Ich hab schon. auch noch lauf doch mal eigentlich müsstet ihr beide drauf gehen nicht geklappt muss jetzt echt noch eine Blankgranate basteln, geht das denn? ja vielleicht, mal gucken ist wie sie ist, ne? ok so, hier lag sonst nicht mehr rum, ne? was für ne Nervensäge, so lass mal gucken was wir noch basteln können ja das kann man auf jeden Fall mal kombinieren hier so, was war jetzt das mit dem Laser da an irgendeinem Geschütz oder was war das? ja ok, das heißt wir müssen da oben rein irgendwie oder was? geht das? hier runter so, wir müssen oben durch die Tür wo Schweineidee rausgekommen ist ok, macht Sinn und dann kann man es abschalten wahrscheinlich manuell jawoll so fröhlicher ob gut 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 Tja, was kann das bringen? Nix. Ne, wir müssen da wo rein. Einfach reingehen. Das sind die Türen, ey. Na, so richtig nice ausgerüstet sind wir nicht. Was soll's? Ashley! Ich komme! Die hörte ich nicht, Junge. Irgendwas schönes hier, ne, ne? Gar nicht. Na gut. Ashley. Psst. Du bist gekommen, mein Kind. Was wollen Sie? Ich möchte lediglich diese Gabe mit so vielen Teilen wie möglich. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Du musst wissen, der Heilige Leib verbindet uns alle. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken sind bereits eins mit uns. Bullshit. Warum lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Wie sie es tat. Was ist das? Die Zeit ist reif, dass dieses Schaf sich unserem Bund anschließt! Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Äh... Fresh! Uh oh. Pion, Pion, Pion. Pion, Pion. Oh, oh. Uuuuh. Alter, die kann schießen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir Ashley überhaupt wieder fit kriegen, oder? Wir brauchen dieses... Eigentlich brauchen wir ja diesen Schlüssel, haben wir ja, von seinem Labor, woran man das Labor sein möchte. Level 1, Floorplan, du bist hier. Okay, ganz hinten. Okay, let's go. Ashley, ich bin auch total schlapp. Wir schaffen das. Halluzination. Ashley, wir schaffen das. Oh, das kann ja jetzt nicht sein. Komm schon. Schluss damit. Ach komm, jetzt lauf schon. Wir haben den Schlüssel. Diesmal muss ich etwas bewirken. Würde aber irgendwie Sinn machen, oder? Na ja. Es geht los. Putsch. Mhm. Okay. Ja. 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 Da. Ja. 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 Sachen. Te drogen. Ja. Ja. Ich lege. Ich lege. Okay, beide wieder fit. Sehr nice. Klar. Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja, dass wir noch Leben haben. Haben wir ihm zu verdanken? Ja. Wir ihm zu verdanken. Auf jeden Fall. Erstmal schon. Oh. Mal gucken, was der Luis hier noch so rumliegen hat. Sehr gut. Oh nein, Ashley fängt schon wieder an zu stöhnen. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Naja, ist altes Zeug, ne? Okay, ist es das dann hier? Dann gehen wir, oder? Ich habe schon um einiges ungemütlicher geschlafen. Let's go. So, da war ja not this way, ne? Haben wir die Karte irgendwie hier? Luis Labor. Da soll noch irgend so eine... Sieh mal, wie wär's, wenn wir die nehmen? Moment. Irgendwo hier in der Ecke? Ah. Hätte ich einfach liegen gelassen. Unglaublich. Okay. Wie geht's uns eigentlich? Geht's auch, ne? So, was sagst du, wenn wir hier rauf gehen, oder was? Ja, let's go. Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Gut geht. Bist schon richtig geübt. Ja. So, er sagt ja, er geht nicht... Ja, wir sollten ja nicht diesen Weg da umgehen, oder? Das ist ja der Witz. Warte. Lass mal kurz gucken. Wir haben noch das hier. Wir haben das hier. Das kann man vielleicht noch mal kurz an... Ups. Nachladen, oder? Ja. So, let's go. Au. 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 Wer weiß, wofür es gut ist. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Scheinst sie gut zu kennen. Kein Kommentar, ne? Oh, Junge. Entferne dich! Ist gut! Voll angeschrien. Entferne dich, gefährlich's! Okay, warte mal. Wenn wir da hinten... Warte mal kurz. Ashley, warte kurz. Okay, bringt gar nichts, außer, dass man hier eine ganz gute Position zum Schießen hat, ne? Und dass man da rauf kann. Nice. Und dass man hier eigentlich einen total anderen Weg noch hat. Junge! Die habe ich nicht gesehen. Ashley! Hier. Da ist der Dud drin, oder? Ja, dachte ich mir. Mal kurz gucken hier. Ja, würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind bei ihm, dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Komm rein, Ashley. Du kannst wieder herkommen. Okay. Machen wir ein kleines Päuschen und dann geht es weiter beim nächsten Mal, okay? Bis dann. Ciao.